Aloha! Auf der Messe hat die White Beauty in Kooperation mit Paul Mitchell eine Hawaii-Reise verlost und wir wollen da jetzt gleich mal reingehen und dann wollen wir mal gucken, wie sie reagieren. Aloha, liebes Team vom Salon Zoomherr. Unter den vielen Teilnehmer habt ihr es geschafft. Zwei von euch werden kostenlos zum nächsten Frau-Mütschel-Seminar nach Hawaii. Wir freuen uns riesig, dass wir diese Reise gewonnen haben. Damit es auch gerecht zugeht, verlosen wir das im Team. Wir haben sie gerade gezogen. Wir haben die Reise nach Hawaii gewonnen. Das ist ein Glückwunsch! Nein, jetzt mal ehrlich. Ja! Wir waren in Frankfurt auf der Messe, haben das Ausschreiben mitgemacht und haben gewonnen. Die Reise nach Hawaii. Wir freuen uns super, super doll und sind super begeistert. Mega cool! Paul Mitchell! Genau!